Meine Damen und Herren, hier ist das erste Hypercar von Mercedes-Benz. Hier ist der Mercedes-AMG Project 1. Wir haben ein 1.6 Liter V6-Combustion, direkt aus der Formula 1. Wir haben vier Elektrik-Motoren. Die Batterie-Technologie ist wirklich direkt aus der Formula 1-Combustion. 0-200 kmh, innerhalb von 6 Sekunden. Es ist ein sehr spannender Moment für uns. 0-200 kmh, innerhalb von Mercedes-Benz. Ich bin so froh, dass Mercedes-Benz hier ist. Das ist Geschichte. Es ist die Pinnacle der Technologie. Das kann man jetzt machen. Aber es wird die Zukunft der Senderkosten auch inspirieren. Was ich noch nicht? Nein. Vielen Dank. Vielen Dank.